Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie bei Problemen am besten mit unserem Support kommunizieren. Es passiert leider doch hin und wieder mal, dass Sie vor der JTL-Wawi sitzen und eine Fehlermeldung erhalten. Oft sind es nur Kleinigkeiten, bei denen beispielsweise ein Feld falsch ausgefüllt wurde oder ein Häkchen vergessen wurde, zu setzen. JTL-Wawi gibt uns immer detaillierte Infos zu jedem Fehler, der aufgetreten ist und bietet sogar bei gängigen Fehlern automatische Lösungsvorschläge an. Sollte mal eine größere Problematik auftauchen, bei der beispielsweise eine ganze Datenbank gelöscht wurde, gehen Sie am besten wie folgt vor. Wenden Sie sich auf unserer Homepage über das Kundencenter direkt an unseren Support, damit unsere Kollegen Ihnen schnellstmöglich helfen können. Definieren Sie Ihr Problem möglichst genau, damit es auch direkt in der richtigen Abteilung landet. Hier wählen wir das richtige Produkt aus. Wir haben ein Problem mit unserem Versandetikett und wählen daher JTL-Shipping aus. Wir geben unsere JTL-Wawi-Version an, gegebenenfalls den Versanddienstleister und die Sendungsnummer. Falls Sie schon in unserem Forum ein Thema zu diesem Problem erstellt haben oder einen identischen Thread gefunden haben, können Sie den Link dazu gerne hier einfügen. Natürlich reicht in vielen Fällen eine kurze Beschreibung, um den einen oder anderen Fehler schnell beheben zu können. In anderen, komplizierteren Situationen lohnt es sich schon, Dateien anzuhängen, damit wir den Fehler auch nachvollziehen können. Grundsätzlich können Sie die Fehlermeldung aus der JTL-Wawi kopieren und uns in die Nachricht als Text einfügen. Mit Hilfe des Codes, der ID und der Quelle kann der Supporter direkt nachschauen, wo das Problem seine Wurzeln hat. Durch die Request-ID können Probleme vom JTL-Shipping-Support besonders schnell erkannt werden. Daher sollte diese Nummer nach Möglichkeit immer mitgeliefert werden. Screenshots können oft helfen, die Situation besser zu verstehen. Unter Windows gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Screenshot zu speichern. Drücken Sie einfach die Druck- bzw. Print-Taste über Ihren Falltasten auf der Tastatur. Ein Bild Ihres Monitors wurde gespeichert und befindet sich in der Zwischenablage. Öffnen Sie ein Grafikprogramm wie z.B. MS Paint und fügen mit Rechtsklick und Einfügen oder mit der Tastenkombination STRG-V das Bild ein. Speichern Sie und laden Sie es zur Fehlermeldung mit Hoch. Alternativ können Sie unter Windows 10 mit der Tastenkombination Windows, Shift und S den Bereich 10, den Sie abfotografieren möchten und fügen diesen in Ihr Grafikprogramm ein. Reichen ein, zwei Bilder nicht zur Beschreibung Ihres Anliegens, können Sie auch ein Video beifügen. Unter Windows 10 geht dies aber auch schnell. Drücken Sie einfach Windows und G. Klicken Sie das Häkchen und starten Sie einfach die Videoaufnahme. Im Windows-Videos-Ordner finden Sie das Video im Ordner Aufzeichnungen. Eine andere Variante wäre die Windows-Schrittaufzeichnung. Starten Sie die Windows-App Schrittaufzeichnung. Klicken Sie auf Aufzeichnung starten. Jetzt können Sie den Fehler nochmal in JTL-Wawi nachstellen. Danach einfach die Aufzeichnung beenden. Hier wird jeder Schritt, Klick und jegliche Interaktion chronologisch notiert. Auch Bilder werden beigefügt. Als ZIP-Datei gespeichert, können Sie es auch im Kundencenter zur Verständlichkeit Ihres Problems beifügen. Dies war das Video zur reibungslosen Kommunikation mit unserem Support. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.